In der sogenannten Ausbildungsordnung müssen mindestens folgende Punkte festgelegt werden. Die Bezeichnung des Ausbildungsberufes, also zum Beispiel Kauffrau bzw. Kaufmann im Einzelhandel. Die Ausbildungsdauer. Für die Kaufleute sind das zum Beispiel drei Jahre, für Verkäufer und Verkäuferinnen zwei Jahre. Das Ausbildungsberufsbild, also die Fertigkeiten und Kenntnisse, die du während der Ausbildung erwerben sollst. Der Ausbildungsrahmenplan. Im Ausbildungsrahmenplan ist festgelegt, in welchem Zeitraum welche Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden sollen. Auf Grundlage dieses Plans muss dein ausbildender Betrieb für dich einen detaillierten Ausbildungsplan erstellen. Außerdem enthält die Ausbildungsordnung noch die Anforderungen an die Zwischenprüfung und die Abschlussprüfung.